Topfgucker TV empfiehlt. Mein Name ist Mario Hülse, ich bin Betreiber des Lasenhofes und heiße Sie besonders herzlich willkommen in unserem Sandsteinzimmer in der Sächsischen Schweiz. Bei uns können Sie nicht nur köstlich speisen, sondern auch übernachten. Heute lade ich Sie ein zu einem Gruß aus der Küche. Unser Patissier Philipp Großpitsch wird in unserem Haus eine sehr schöne Dessertvariante vorstellen, was leicht zum Nachkochen ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Philipp Großpitsch, ich bin Koch im Lasenhof und ich zeige Ihnen heute, wie man Apfelbignets zu Hause schnell und einfach selber machen kann. Als erstes machen wir jetzt den Ausbacktag für die Apfelbignets und zwar wie folgt. Wir geben Mehl in eine Schüssel, geben etwas Weißbier oder je nach Geschmack auch Weißwein oder Apfelsaft dazu und rühren das Ganze mit einem Schneebesen erst einmal klumpenfrei zusammen. Wir nehmen dazu Bier, weil es wird ein Bierteig zum Ausbacken, es ist in der klassischen Küche ein sehr guter Teig zum Ausbacken. Aber wie gesagt, je nach Geschmack kann man es auch alkoholfrei mit Weißwein oder auch mit Apfelsaft oder anderen Flüssigkeiten zubereiten. Wenn wir den Teig fertig haben, decken wir ihn erst einmal mit etwas Sonnenblumenöl ab. Dann haben wir unseren Teig ab. Im Kern entschälen wir unseren Apfel. Und dann schneiden wir unseren Apfel in ca. 1 cm breite Scheiben und machen wir nun mit etwas Zucker und einem Schluck Zitronensaft. Um unseren Teig fertig zu stellen, trennen wir jetzt die Eier. In eine Schüssel geben wir das Eiweiß und in eine andere das Eiweiß. So, unser Eiweiß schlagen wir dann an einer kleinen Prise Salz und dem Handröhrgerät, der immer drauf im Wasser hat. Okay, in diesem Eischnei geben wir jetzt vorsichtig unter unsere Masse. Das Eiweiß ist dazu da, um den Teig mit mehr Volumen auszustatten, damit er dann beim Ausbacken auch schön aufgeht, braun wird und der Teig nicht zu fest ist. Um unsere Apfelringe auszupacken, habe ich vorher schon ca. 750 ml reines Pflanzenöl in einen Topf gegeben und erhitzt. Um die Apfelringe auszupacken, bräuchten wir eine Temperatur von ungefähr 160 Grad. Das kann man dann zu Hause ganz einfach feststellen, indem man ein Holzstäbchen nimmt und beobachtet, ob vom Holzstäbchen aus im Öl Blasen aufsteigen. Dann nennen wir unsere Apfelringe und tauchen die in unseren schönen Ausbackteig, ein wenig abklopfen. In der Zeit, in der wir unsere Apfelringe im Öl ausbacken, bereite ich noch einen Laumenkompott in Portwein zu. Dafür habe ich etwas Portwein, Orangensaft und Zimt in einen Topf gegeben. Das Ganze erhitzt und jetzt tue ich meine gefrorenen Pflaumenhälften da hinein und tue sie langsam in diesem Sud kreischen lassen. Wie wir feststellen, dass unsere Apfelringe schön ausgepackt sind, sieht man, der Teig wird dann am Rand leicht braun. Das ist der ideale Zeitpunkt, um die Apfelchen hilf zu wenden. Und wenn die Apfel her, dann glaube ich, ausgepackt sind, nehmen wir sie aus dem Öl. Die legen sie auf einen Teller mit Backpapier, um sie etwas abtropfen zu lassen. Viel Spaß beim Nachkochen. Alle Rezepte und Videos mit der Topfgucker-App in deinem Store oder unter www.rezepteaufvideo.de Die